Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde in Zendoland. Wie heißt das Spiel? Wie heißt das Spiel? Ähm... Ich glaube es hat... Schmeiß mich, wir haben einen tollen Runde hier! Ich glaube es hat... Wir sind ja heute wieder in einer und direkt in der Runde drin! Wir sammeln ja gerade alle Bonbons! Und haben noch 3 Leben und brauchen noch 17 Bonbons, damit sie gewinnen gegen diese Feststatter! Und jetzt gerade haben sie ein Leben verloren? Klar! Ja! Hallo Leute, mein Name ist Leon! Alter! Genau! Wir befinden uns hier gerade bei dem Spiel, wo wir Mario fangen müssen. Genau! Klar! Ja! Herzlich willkommen zu... Ich vergesse immer wieder den Spielnamen... ... ... Damit bedanken wir uns fürs Zuschauen und tschüss! ... Alter! Genau! ... ...